Seit gut drei, dreieinhalb Jahren machen wir auch Social Media Walks. Da ist sozusagen die Idee, Social Media auch mal für alle Teilnehmer erlebbar zu machen. Was ist ein Social Media Walk? Das sind verschiedene Kanäle, also Instagram, Twitter, YouTube, Blogger. Alle sind vor Ort und berichten dann eben während der Veranstaltung, nach der Veranstaltung. Und die Teilnehmer kriegen tollen Content, tolle Bilder, tolle Einblicke und können natürlich auch mal den Gastgeber kennenlernen. Man trifft nicht nur nette Leute, man knüpft nicht nur berufliche Erfahrungen, sondern man lernt auch noch ganz, ganz viel dazu. Nicht nur bei den Orten, wo man ist, sondern auch durch die Menschen, die daran teilnehmen.